Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Star Wars Jedi Night 2, Jedi Outcast. Äh, ja, wir sind jetzt hier durch dieses Feuergedüns hier durchgekommen. Und stehen jetzt hier vor ein, diesen Komplex vor ein, äh, Fahrstuhl. Wohin uns der führt, ich hab keine Ahnung, aber ich, am besten, wir stellen uns hier mal gleich rauf. Oder, natürlich machen wir den erstmal an und jetzt stellen wir uns rauf und jetzt geht's... Achso, hoch. Ich dachte, es geht runter. Äh, ja. Am besten mal gleich eine andere Raffe hier nehmen. Und, äh, ja. So. Gleich mal speichern. Und, äh, ich komm hier nicht dran vorbei. Gott, geht das tief runter. So, was erwartet uns hier? Was, 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 was? Oh. Puh. Kann ich hier rauf? Nein, da kann ich nicht rauf. Ja, ja, warte nochmal. Schweißer. Wie soll das jetzt funktionieren, hier? Wo muss ich jetzt hier hin? Darunter werde ich ja wohl nicht können, oder? Kann ich jetzt hier rauf? Ah. Aber wo muss ich jetzt hin? Hä? Äh? Mal speichern hier. Aber da geht irgendwas runter. Muss ich da hin, ne? Mal denn. Dann laufe ich jetzt bei hier hin. Geht das auch hoch hier? Aber ich glaube, da müssen wir irgendwie nach oben. Speichern. Hallo? Na? So, einmal Macht. Und einmal hops. Jawoll. Jetzt dürfte das gleich mal hochgehen. Mal nochmal kurz speichern. Irgendwo werde ich hier nämlich gerade beschossen. Wow. Aha, jetzt muss ich da rüber. Okay, gut zu wissen. Sieht ja irgendwie witzig aus. So. Ob ich da wohl komplett rüberkomme? Ich kann es ja mal probieren. Aber ich glaube ja nicht. Doch. Passt. Das ist schön. Sehr entschuldigt. Wo? Nee, da war ich gerade ein bisschen. Uiuiui. Wo? Irgendwo werde ich gerade beschossen. Wo, 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 wo. Ich weiß nicht mal, was das hier ist. Ehrlich gesagt. Hm. Na, ist egal. Einer hoch und dann... Speichern. Und nochmal speichern. So, lauuf. Und hops. So, dann haben wir das auch. Ach, da unten werde ich irgendwie geschossen. Oder da oben. Was? Oha! Hab ich mich verjagt, ey. Oh, das war echt fies gerade. Aha, da ist eine Tür. Alles klar. So, was ist jetzt hier los? Gut, speichern. Hallo? Ich muss aber hin. Mach das bitte nie wieder mit mir. Ei, das war nicht gut von mir. Ja. So, lauf und hops. Ja, erst mal ein krankes Komitee hier. Verdammt. Ne, das mach ich nochmal. Kaputt. So, weh. Äh, was ist das denn jetzt? Das Grüne? Hm. Keine Ahnung. So, jetzt sind wir hier wieder beim Fahrstuhl. Geht das jetzt noch weiter nach oben? Ich hab keine Ahnung. Speichern auf jeden Fall. Mal draufdrücken. Hallo? Hä? Wieso kann ich den jetzt nicht aktivieren? Äh, hä? Oh, falsche Taste. Wieso kann ich den? Ah, jetzt geht es. Ah, und es geht noch weiter nach oben. Na gut. Und wui. Und nochmal speichern. So, mal schauen, wo wir jetzt sind. Ah, das ist mal. Ach nee, das war ja, ah, ich dachte das Leben. Oh, Mensch. Na gut, nämlich auch. So. Und speichern. Und was ist hier? Komm. Äh, da kann ich da mal hingehen. Äh. Wo ist der denn jetzt hin? So. Äh, da kann ich hin? Muss ich da mal hingehen? Äh. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Ach du Scheiße. Ich glaube, da muss ich jetzt ganz hoch. Mann, das sieht ja auch schon episch aus. Und hops. Okay. Das hat ja mal wunderbar geklappt. Guck mal da hinten hin, würde ich sagen. Würde ich mal behaupten, oder? Und hops. Hops. Hä? Hä? Wie geht das denn bitte? Wo muss ich da hin? Ach, auf diese Plattform. Ich dachte da auf die Dingsen. Ah, alles klar. Hops. Ey, komm, das war doch mal perfekt von mir. Speichern. Dann werde ich jetzt garantiert da hin müssen, ne? Alles klar. Und hops. Ach, das ist ja doch nicht so schwer, wie ich dachte. Immer schön fleißig speichern. So, was ist hier los? Und hops. Und jetzt? Speichern? Was ist denn das? Keine Ahnung. Mal speichern. Okay. Oh, mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, schade. Ah, komm schon. Nein. Nochmal. Nochmal. Jawohl. So, dann bin ich jetzt da. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Egal. So, ist hier noch irgendwas? Nee. Oder hätte ich einfach da durch können? Ich hab keine Ahnung. Äh, aber die Tür ist zu. Ist das normal? Hä, wo muss ich denn dann hin? Muss ich da rüber? Ich spüre eine Erschütterung der Macht, aber etwas daran ist sehr sonderbar. Ach, du Scheiße. Du wärst keine Chance, ich mich haben. Komm zurück! Ach, komm schon. Oh, ich bin schon gestorben. Mir tut es aber leid. Sonderbar. Er sah aus wie ein Jedi und kämpfte wie ein Jedi, aber die Macht in ihm war so verzerrt. Ja. Mir auch schnappelt. So, dann ist die Tür jetzt nämlich. Ah. Aber nicht mit mir, Leute. Alter, was ist denn hier los? Krieg. Autsch. Gott, du Gott, du Gott. Braucht man doch die ganze Dinge. Speichern am besten, ne? Würde ich sagen. Was ist das? Warum krieg ich denn nirgends Leben? Speichern. Ach, du. Kacke, nein. Nein, doch nicht noch, Alter. Nein. Oh. Siehste, ich bin der Beste. Jetzt geht das hier aber langsam richtig los. Ops. Äh. Wo? Hä? Oben. Energiezahlen. Oh Gott, ich ahne, Schlimmes. Du musst der Droide sein, von dem Lando geredet hat. Hallo. Oh, geschafft. Sehr schön. Soll ich nochmal kurz was trinken hier? Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, beenden wir hier erstmal die Aufnahme. Denn wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.